Ihnen wunderschönen guten Morgen! Heute ist Tag frei unserer Ausflüge in der Dachstein-Tauern-Region und heute sind wir in die Silvaca-Klamm unterwegs. Wir freuen uns, dass ihr uns auch heute wieder begleitet und wünschen euch viel Spaß auf unserer Tour. Heute haben wir die Karte. Ich würde gerne machen. Jetzt kommt der Karte. Hau, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Komm, komm! Ja, komm! Wirst du nicht verfeißern! Ja, komm! 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 Musik 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 Ah, super! 1. 2. 2. Ja, die sind gestiegen, was der Familienfreundlich, weil wir noch die Schotterweg haben. So war auch die Kerstin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020